Hey Leute und Willkommen zu Folge 3. Ähm, wir waren jetzt hier oben bei bevorstehender Hinrichtung. Die Marine brützt Guado, um Whitebird auszutricksen. Sengoku zieht Stahlwände hoch und beginnt mit der Hinrichtung. Okay. Scheiß, Guado. Scheiß, Quade. Ähm, aber das werde ich auf jeden Fall aufhalten. Die können mal den Ace schön in Ruhe lassen. Nann oder so. 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 G ge an. Nann oder so. Nann oder so. Nann oder so. Ruth Hamaru. H 말씀드�sti ich viel schneller Psychology. Tu glaube ich hierzu. Selbstständig ist sehr. Der Vater von Drakon. Das ist sehr gefährlich. Dieser Junge... Zack. Und die Pistole. Nein. Oh nein. Oh nein. Das tut bestimmt weh. Oh yeah. Direkt. Wow. Lass den Scheiß jetzt. Hier bekommst du Spezialangriff. Nein. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Wooh, das war knapp ey. Huff, oh nein. Wow. Ey, das Spiel ist gar nicht so leicht, muss ich sagen. Oder ich stelle mich auf jeden Fall ziemlich doof an. Weil wenn die mich treffen, ergibt das auf jeden Fall immer richtig viel Schaden. Leute, die Pistole hinterher. Steh... ach. Boah ey. Der ist viel schneller mit seinen Angriffen. Okay, einer K.O., einer K.O. Alles gut. Nein, nicht gut. Oh, 30 Sekunden. Wie soll ich das denn schaffen? Komm Aokiji, steh auf. Lass den Scheiß. Okay, okay. Das ist auf jeden Fall ein schwerer Kampf. Ich hab 20 Sekunden für alle. Ich hab 20 Sekunden für alle. Das ist auf jeden Fall nicht so leicht. Naja, ja. Ich muss mich hier voll konzentrieren. Was war das denn zur Hölle? Okay. Okay, einer weg. Oder? Der steht immer noch. Pass es nicht. Kannst du dir jetzt sehen, dass das machbar ist? Pass es nicht. 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 Ich hab's gewusst, dass ich zu weit weg bin, ey. Ja, schön. Switch hier noch. Oder muss ich nur die Zeit aushalten? Ach, überleben war die Aufgabe, ne? Zeit um. Hab ich geschafft? Ach so, ich musste nur die Zeit aushalten. Hm, sehr schnell. Ach so, ich musste nur die Zeit aushalten. Ach so, ich musste nur die Zeit aushalten. Was, was du, was ich schwierig haben muss? Ich muss es nicht ändern. Danke. Ich werde alle fertig machen. alle. Das war echt schwer, ey. Also wenn man gegen die Richtigen gekämpft hat. Okay. Jetzt weiß ich, über... Ah, hier ist auch Überlebe. Okay. Die letzte Verteidigungslinie. Drei Admiral sind für Ruffy zu viel. Er entscheidet sich, alles auf eine Karte zu setzen. Ja, machen wir doch das mal bitte. Aber da steht auch Überlebe. Also, nicht besiege. Ruffy hat Maruco geholfen, und er hat die Anstrengung der Luffy. Aber vor dem Rufi der Rufi, wird jetzt noch ein Begegnung der Rufi. Oh, in unserem Zustand. 45 Sekunden überleben. Angriff ist die beste Verteidigung, habe ich gehört. Okay, für den Rufi der 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 Rufi. Vielleicht auch nicht, vielleicht auch nicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht, vielleicht auch nicht. Wuhu, ausgewichen. Wow. Was soll das denn? Zack, direkt. Wow. Oh, okay, 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 okay. Ich bleib hier hinter der Mauer. Siehst mich nicht. Alter, wie viel der mir abgezogen hat gerade. Wow, das war schnell. Huh, das habe ich auch gut hingekommen. Nee, oder? Das war jetzt historisch. Oh, ich hattell Sorgen das gamble. Ich denke, ich habe jetzt einen neuen Schuss zu essen. Ich weiß, dass du einfach aus dem Ausland, so einen Schuss zu schnappern. Das ist eine große Sache, was ich glaube, dass du so nicht genauer bist. Ich bin so nicht zu, werdet du hierher? Ich habe das für dich, Mugi-Bara-Borik. Ich habe das ja getan. Ich habe das alle gewählte. Ich habe es nicht dafür. Ich habe keine Zeit, das sie nicht. Oh, du bist der Mann. Du bist der Mann, der Ace ist... ... der Ace ist mein Mann! Ich bin nur der Mann, der in der Welt nur ein Freund. Ich bin immer noch der Mann! Ein Mann, der Oizaku, der Ereignis ist. Ich bin jung, nur der Luzama. Ich bin so ein Mann, der das ist. Ich wollte ihn nicht voll weglaufen. Ich wollte ihn fällig machen. Was wäre denn passiert, wenn ich den fertig gemacht hätte? Hätte ich bestimmt nicht geschafft, weil ich überleben sollte und nicht besiegen. Aber Rufi hat sich nicht zufrieden. Rufi hat sich nicht zufrieden. Rufi hat sich nicht zufrieden. Aber er hat sich noch nicht zufrieden. Rufi hat sich für Iwan-Kof ein einziges Gelegen. Entschuldigung. Ja, ichwe. Und das was ich noch nicht für. Ich glaube, ich weiß nicht. Aber es ist egal, dass ich das gerne nicht zufrieden kann. Ich weiß nicht, ichwe. Ich weiß nicht, wenn ich einen Witchischen Ehre ist, ich muss das anderen sterben. Ich fühle mich! Ich bin jetzt! Du hast sie mir! Das heißt, du wirst! Du wirst du dich nicht mehr! Es hat einen Mond auf die Drachen zu verbunden. Du bist hier ein... Du wirst dich ... Ich weiß es ... Du wirst das nicht! Du Fieber! Okay, wo geht's hin? Da hoch. Da steht noch nicht, was für Gegner es sind, ne? Erbitterte Kämpfe am Orisen. Orisplatz, Foto, Sirissa. Tension-Hormone beleben Ruffy wieder. Wenn auf dem Orisplatz der Kampf tobt, rennt Ruffy zu Ace. Okay, ich denke, da können wir noch machen, den Kampf. Wir sind auf jeden Fall mit Ivar zusammen. Wir sind auf jeden Fall mit Ivankov in Tension-Hormone, und Ruffy wieder zurückgekehrt. Wir werden wieder den Kampf zu retten, die Leute! Wir werden den Kampf zu retten, um zu retten, um zu retten, um zu retten. Oha! 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 Monkey D. Luffy! Oha! 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 Eine Verbundkette erlaubt dir, einen Verbündeten zu wählen, welcher dir bei einer Attacke gegen einen Gegner unterstützt. Verbundketten kosten zwei Balken deiner Brennanzeige. Mit weniger als zwei Balken ist diese Aktion nicht möglich. Mit Ivankov zum Beispiel drücke Y, dann rechten, ne linken Trigger oder rechten Trigger, um eine Verbundkette auszuführen. Doch, du musst dir tauschen. Hast du eine Verbundkette? Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe, oder wie ich das geschafft habe. Oh, eine Verbundkette, was will der? Achso, ne, ich drück schon wieder die... Ne, ich drück... Okay, ich habe es irgendwie verstanden. Drücke Link-Trigger oder rechten Trigger, wenn dich ein Gegner angreift, damit dich dein Partner mit einer Verbund-Unterstützung retten kann. Okay. Verbund-Unterstützung kosten drei Balken deiner Brennanzeige. Mit weniger als ist diese Aktion nicht möglich. Verbund-Unterstützung. Das habe ich gerade die ganze Zeit gemacht. Boah ey. Wenn der Gegner eine Verbund-Unterstützung gegen dich anwendet, drücke den linken Trigger oder rechten Trigger, um mit einem Verbundschlag zu kontern. Dazu bricht die Verbund-Unterstützung und versetzt sich in eine günstige Position. Diese Aktion... Setze diese Aktion mit Bedacht ein, weil sie drei Einheiten deiner Brennanzeiten verbraucht. Okay. War das richtig? Okay. Wir rollen keine Ahnung. Alles review ich will! Ey. Macht das. Was ich hier tun müsste? Aber irgendwie ist das doch falsch, was ich tue, weil ich hier tue. Nee, mach das doch. Oh, das soll alles irgendwas kosten, aber mich kostet das nie was. Mach doch den Verbundschlag, ich sollte doch nur drücken. Hey, wollen die mich verarschen? Okay, so langsam wird es albern. Das ist mir scheißegal, ich will hier die... Nein, ich bin Verbund... Verbundschlag. Tausch, wer kriegt denn Verbundschlag? Ja, mach ich doch. Vor drei... Hab ich. Na, das ist immer noch das Weiche. Seht ihr nicht, wie das geht? Warte. Warum ist da unten das... Tausch? Ich tausche doch. Tausch, ich tausche doch. Ich trinke mal andere Pfeffer. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich machen soll. Ich mache genau das, was da stand. Das ist nur die Verbundheitsunterstützung die ganze Zeit. Und langsam geht mir dieser Sound auf die Eier. Auf die Eier. Verbundschlag, wie der Freund mir da auf den Sack gehen lässt. War das jetzt richtig? Ja, das kann ich eh nix mehr machen. Was denn... was denn Scheiß, ey? Mach dir jetzt einfach fertig. Ach ja... Was? Boah! Oh ja, viel Presidential ist! Ich hatte jetzt noch mal richtig aus dem Aussag. Sollen wir doch nicht auf den Sack gehen? Verwundschlag. Ich habe genau das gemacht, was da stand. Ich habe genau das gemacht, was da stand. Er ist so schwer, ich weiß es nicht. K.O. Okay. Keine Ahnung, was die von mir wollten. Ich denke, ich spiele das gleich noch mal und, äh, erfülle das dann. Hey, Hankoku! Du bist ein Schicksal. Du bist ein Schicksal. Genau. Du bist ein Schicksal! Danke, Hankoku! Oh, noch... Du bist ein Schicksal! Tschüss! Leider ist dieses Video schon zu Ende. Doch hier sind noch ein paar andere Videos, die dich interessieren könnten. Und falls du Lust hast, kannst du mich natürlich auch abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!